Zumindest für einen ordentlichen Vernichtungsschlag dürfte das schon mal ausreichen. Da ist noch schön Tiberium. Jetzt mach ich den Sandler kaputt. Ich lass den einfach gar nicht durch hier. Erstmal ein bisschen rum gucken hier. So dumm wenn sie immer nur einzeln hier rum können. Schasse ist. Aha jetzt werden sie hier aufmerksam. Und noch ein Mammut. Mammutsche. Ach was da ist ja noch ein Gebäude. Nicht außenrum. Nicht dumm sein. Der macht es erstmal kaputt hier. Kaputt. Fahren. Weg damit. Ach ja. Wieder was getriggert. Jawohl. Ihr lasst euch einfach abschlachten. Ich verstehe. Ihr wollt nicht mehr ihr Deserteure. Einheit verloren. Was wollen die denn jetzt schon wieder? Einheit verloren. Jawohl. Rech auf. Die werden noch nicht etwa... Ah was soll das denn? Mitten in meine Basis rein. Jawohl. Rech auf. Jawohl. Rech auf. Einheit verloren. Die schießen halt nicht von selber. Also das hasse ich so. Ah Ingenieure. Warte denn verrückt. Es fällt euch ein. Der Mammut hat keinen Bock mehr. Okay. Habe ich nichts dagegen? Was Fahrt ihr eigentlich da hoch? Die Sammler. Die sind doch verrückt. Wirkliche ich aber ja kein Geld mehr. Jawohl. Kettwurder. Ja toll. Ich verliere meine Sammler. Deutschland. Zelt euch nicht rum. Jawohl. Jawohl. Jetzt geht's bloß auf. 필요st du den Kn何ehler weg. Ja es gefällt euch das Mammut. Der ist so dumm. Glaub es nicht Denkt doch mal mit, Leute Seht ihr, ich krieg kein Geld mehr Ich kann den Tempel nicht fertig bauen Einfach mal überfahren Da war das Geld gerade in dem Moment auch wirklich alle Ich sammle lieber hier unten Ah, da ist ja alles voll Da war ich scheinbar auch vergeblich schon Mit Einheiten, die dann kaputt gemacht wurden Du kannst jetzt übrigens mal Abliefern, was du hast Und ich brauche langsam wieder einen Sammler Oder auch nicht Kann eh nichts bauen gerade Soll ich, soll ich? Ich mache Bin doch mutig, so mutig, dass ich vorher speichere Ja, hat er mich schon mal Meines Infanteristen beraubt Sie kommen nicht, weil sie haben keine Einheiten mehr Gut, gefällt mir Mal sehen, ob der Tempel gleich noch fertiggestellt werden kann Wenn das mal schneller hier wachsen würde, das ist doch schlimm Ich muss gar nicht die Spielgeschwindigkeit noch erhöhen Aber das ist gefährlich in dieser Mission Verstärkung da habt, Jungs, haltet durch Ah, nicht gut Das ist jetzt mein Tiberium, Leute Jetzt kann ich Brauche ich einen Sammler Eins Ah, ich habe noch zwei Sammler Einmal überfahren, Leute Besinnt euch eurer Natürlichen Fähigkeiten Eurem Gewicht So Der kommt auch noch weg Jetzt muss ich halt noch warten Wann ist Ja, dauert noch eine Weile Der noch Knärschlag Mal gucken, worauf ich den schicke Aber Ich will nicht nur diese Schwachen Türme hier damit kaputt machen Sondern echte Raketentürme Ah, diese Mammuts sind schlimm Er muss jetzt leider hier hoch Kein Tiberium sonst mehr da Ja, wir ballern das ganze Tiberium kaputt Schön Aha, da ist auch wieder Wie soll ich mich hier bitte schön behaupten Das schaffe ich ja nie Muss ich mal ein bisschen gucken Ob ich hier reinkomme Zumindest die Türme hier Muss ich kaputt kriegen Na also Der Panzer ist eigentlich viel gefährlicher gerade Aber gut Muss erstmal hier gucken Was man so macht Und dann macht man es Dann sieht man, ob es gut war So Läuft Macht ihn halt so kaputt Wenn ihr nicht überfahren könnt So Will hier gar nicht reparieren Die trecken nämlich eh gleich ab Das lief ja gar nicht mal so gut Aber wir gucken Ob wir das noch irgendwie zum Ende bringen können Zu irgendeinem Ende auf jeden Fall Aber Ob zu einem guten Das ist die Frage Überall haben sie hier so Bewachung Warum kann ich das nicht machen In Ordnung Ich brauche hier Sandsackstrategien Für Diese Art Der Verteidigung Breche auf Die Die Basis ist viel weiter weg Als ich dachte Ich dachte, die wäre direkt hier Steht dicht Bestätigt Noch mehr Tiberium Gut Breche auf Das sind meine Ich dachte, ich dachte, es wären feindische Panzer, die da kommen Gut Gut, waren sie nicht Bestätigt Fahren die jetzt hier rum Sollen sie Hätte vielleicht warten sollen, bis ich da gemeinsam Aha Da sind sie Da würde ich fast einen Nuklearschlag draufstecken Aber das lohnt sich auch nicht so wirklich Wegen einem einzigen Ding da Gleich lieber so rum Ja Kommt Danke So Da zurück Jetzt haben wir hier ein bisschen Platz Bischen Obbische Ja 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 Natürlich Ist es viel sinnvoller, wenn ich ihn da hinschicken kann Erstmal da rumfährt und dann dahin fährt Doch klar, weiß doch jeder immerhin kann ich da jetzt sammeln. Weil die ganzen anderen Felder leer sind. Habe ich noch meine ganzen Sammler? Das waren ja nur zwei. Ich traue mich ja kaum, einen dritten zu bauen. Lohnt dich ja kaum. Aber ich kann gar nicht den Tempel von Nord wieder verkaufen. Ich gebe nochmal satte 1500 Bar auf die Kralle. Wenn ich den Nuklearschlag eingesetzt habe, ich würde fast brauchen, ich schicke ihn da rauf. Aber ich bin das okay. Gucken wir erstmal, wie viel Zeit ich noch zum Überlegen habe. Ja, noch fünf Minuten, sieben vielleicht. Bis deinen baue ich halt nach. Die gelben will ich eigentlich auch reparieren. Kann ich die irgendwie noch ausfüllen? So. Ha, geht sogar mit Shift. In Ordnung. Jawohl, Sir. Normalerweise drücke ich da Steuerung dafür, aber das ist hier Angriff. Und die halten das schon aus. Die müssen hier Verteidigung spielen. Nein. Nicht schon wieder. Ist doch langweilig langsam. Ich frage mich, ob ich das jetzt wirklich noch brauche. Vielleicht verzichte ich erst mal darauf und gucken, wie wir erst mal... Gut. Gucken wir mal, ob das so passt. Da hätte ich ihn aber gerade noch verkaufen können. Aber ich glaube, die letzte Speicherung ist zu lange her. Als tatsächlich das jetzt deswegen noch machen würde. Jawohl, Sir. Sammler 1 habe ich gesehen. Der zweite Sammler macht doch keinen Unsinn. Nein. Er war hier wieder sammeln. Danach macht er Unsinn, weil er dann nach oben wäre. Jetzt kommen sie wieder. Jetzt kommen sie. Gerade wenn der Obelisk weg ist. Das haben die doch mit Absicht gemacht. Natürlich haben sie das. So lange wie schon dieser Mission hänge. Bestimmt schon 4 Stunden oder so. Oder 3. Wahrscheinlich 4. Unschön. Richtiger Ungenuss. Ja, macht aber auch Spaß, wenn man es dann doch schafft. Nach langer Arbeit. Kaum decke ich dieses Haus auf diese Häuser. Sehen sie die auch erst. Erst dann. Und... Repariert. Ja, da kommt ganz schnell eine schöne Armee immer zusammen. Das ist doch schon mal was. Du kannst doch jetzt auch... Na gut, sammle erstmal da oben, solange es noch geht. Aha. Aha, aha. Ich würde jetzt eigentlich erst mal den Sammler da kaputt machen. Dann muss ich mich um diesen Angriff noch kümmern. Und dann mache ich den Nuklearschlag. Jawohl, sammle. Oder ich mache ihn gleich. Werden die wieder aufgehetzt? Wie ein aufgeschreckter Vogelschwarm. Jawohl, sammle. Der ist nicht ganz fertig. Ihr macht meine Obelisken weg. Habt ihr euch so gedacht? Guckt mal, jetzt gerade, wo ihr da vorbeilauft, hätte ich vielleicht ein bisschen früher machen sollen. Da wäre der Wammut noch. Ja. Ich glaube, ich hätte dich auch besser einsetzen können, als auf dieses Gebäude. Aber so wird es ein bisschen spannender. Ich brauche Verstärkung. Schnell. Eieieiei. Zu viele unschöne Einheiten hier. Vor allem die Grenadiere und der Mammut. Soll ich mich erst mal zurückziehen? Ich glaube fast, das ist klüger. Mein Obelisk ist übrigens weg hier unten. Ja, hier oben. Die haben überall meine Obelisken zerstört. Und er hier. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Das wird irgendwas gefährlich. Und ich habe ein Tiberiumfeld verloren. Beziehungsweise drei auf einmal sind das eigentlich. Aber das ist eine sehr kleine. Zum Glück habe ich da, wenn ich sie noch im Obelisk... Ja, kommt schon. Warum mussten sie meine beiden Obelisken kaputt machen? Schlimm. Übrigens, voll vergessen. Ich habe ein bisschen Geld. Kann ich auch noch ein Kraftwerk theoretisch veräußern. Er kommt schon. Er ist schon fast tot. Kriegt noch tausend Kugelhagel auf sich. Das macht ihm gar nichts. Dann stellen wir lieber hier oben hin. Ich würde fast lieber einen Sandsack noch. Naja. Muss man so machen. Und dann kann ich ja weiterbauen. Du kannst nicht da oben. Guck doch mal, wer da steht. Wesen aufpassen, Junge. Zum Glück habe ich nicht noch einen Sammler gebaut. Der wäre auch gleich wieder kaputt gewesen. Völlig useless hier mehr als zwei Sammler. in dieser Situation gerade. Kommen die jetzt schon hier unten raus? Nope. Ich denke mal, zwei Obelisten reichen mir dann für nur einen Moment. Oben und unten. Unten und oben. Ach, das haben sie gleich wieder nachgebaut. Das war natürlich klug von mir, den Nuklearschlag so einzusetzen. Hat sich nicht wirklich gelohnt. Aber ich will trotzdem so versuchen, ob ich das jetzt noch hinkriegen kann. Ansonsten habe ich ja genug Speicherstände, um das noch anders zu probieren. Vor allem den Nuklearschlag. Den hätte ich dann vielleicht einfach irgendwo hier hin setzen können. Ich weiß halt nicht genau, wo der Bau von ihnen steht. Das ist die Tragik an der Geschichte. Oh, Kohlen. Ich bin wieder eine halbe Stunde. Ah, je, 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 je. Warum sind die so dumm? Verdammt. Hmm. Ja, ich bin Imperial.